Jetzt Bonus kassieren auf admiralbett.de Nach dem heutigen Spiel würde ich ein 1 zu 2 tippen und unser letztes Spiel sagen wir mal wir hoffen und wünschen uns natürlich ein Auswärtssieg zu 0 also 0 zu 2 jetzt mitmachen und tippkönig werden wie könnt ihr mitmachen schreibt uns eine mail mit euren infos und schon könnt ihr den spieltag eures teams tippen der sieger erhält am ende der saison einen attraktiven preis von unserem partner admiral sport wetten wir freuen uns auf eure tipps